Ah, jetzt. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen den wunderbaren Sebastian Wacker. Hallo Sebastian. Hallo. Sebastian, wo sind wir? Wir sind gerade hier quasi unter blauem Himmel. Quasi. Ein bisschen grau. Ein bisschen blau, ein bisschen grau. In Darmstadt, auf dem Dach, auf dem wir auch unsere Aufnahmen gemacht haben. Hier, bitte, mal umschwenken. Schwenk mal um. Mal zeigen, wie schön wir es hier haben. Genau, hier haben wir unsere Aufnahmen gemacht. Cool. Vor ein paar Wochen. Und jetzt sind wir schon wieder hier. Jetzt sind wir schon wieder hier. Und warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Ich stelle euch die Frage, warum sind wir hier? Und zwar hören wir uns das Aufgenommene an. Quasi. Und bearbeiten das ein bisschen und machen das schmackhaft für euch zuhören. Ja, genau, der Lollo ist da, ganz wichtig. Zeig doch mal kurz den Lollo. Ja, wir gehen gleich mal rein. Wir gehen mal rein. Lollo bei der Arbeit. Wohin er mich führt. Wohin er mich führt. Bist du zufrieden? Ja, das klingt auch wirklich saugeil. Klingt saugeil. Richtig geil geworden. Ja, genau, ich weiß nicht. Und wie Guantin É interesiert wird. Ja, danke. Und wie ich beschätzt, wie er auch reviviert. Wir gehen jetzt einkaufen. Hallo, wir haben jetzt zwei Lieder gemacht. Was glaubst du, wie lange es noch geht? Weißt du, wie lange wir schon hier sind? Wir sind schon fünf Stunden hier. Mittlerweile ist es halb elf. Kurz vor elf. Das heißt, wir sind seit 19 Stunden jetzt hier. Wie fühlt man sich nach 19 Stunden Arbeit ohne Pause? Wird lieber im U-Boot wohnen. Im U-Boot wohnen. Aber wir sind fleißig vorangekommen, ne? Es sind nur noch ein paar Lieder zu mischen. Und so klingt das Ganze, meine Damen und Herren. Ich bin so beschäftigt mit mir allein. Patrick flüchtet. Patrick ist gerade auf die Fresse gefallen. Da liegt seine Mütze. Bin ich drauf? Jo. Okay, ja. Jetzt habt ihr einen schönen Einblick bekommen in die Arbeiten hier in Darmstadt. Nochmal bitte Schnitt. Entschuldigung. Es läuft. So. Ja, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick mal bekommen in die Arbeiten, in die Aufnahmen. Und wie gesagt, die CD wird hoffentlich noch dieses Jahr veröffentlicht. Mal gucken. Und als kleinen Bonus gibt es dazu auch noch ein Video. Wir haben das Ganze nämlich gefilmt und überlegen auch wirklich das als DVD zu veröffentlichen. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf etwas Tolles gefasst machen. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. So. So. Die geht's. Sauber. Okay? Wir lassen das jetzt. So.